Heizungsverteiler gehören für dich als Installateur zu den wichtigsten Aufträgen. Aber viele Anfragen musst du ablehnen, weil dir Fachkräfte fehlen, weil du alle Teile einzeln bestellen musst und weil sich menschliche Fehler bei der Koordination der Gewerke oft nicht vermeiden lassen, die dann wieder zu Verzögerungen führen. Du arbeitest hart, aber mehr Baustellen in der gleichen Zeit und damit mehr Umsatz, das ist aktuell einfach nicht drin. JADOS hat die Lösung! Wir liefern dir einen vorgefertigten Heizungsverteiler, komplett elektrisch verkabelt mit Elektro-Schaltschrank und Regelung. Sofort einsatzbereit! Du hast die technischen Parameter? Wir übernehmen die gesamte Planung und liefern die passgenaue Anlage an die Baustelle. Einmal anschließen? Fertig! Viele verschiedene Lieferanten mit vielen verschiedenen Lieferzeiten? Fallen weg! Aufwendige Montage, die nur Heizungs- und Elektrofachkräfte durchführen können? Fällt weg! Komplizierte Kommunikation zwischen dir, Elektriker und Isolierer? Fällt weg! JADOS-Kunden reduzieren den Arbeitsaufwand so um zwei Drittel und nutzen die gewonnene Zeit für mehr Baustellen und mehr Umsatz. Das willst du auch? Komm jetzt auf unsere Website und schick uns die technischen Daten zu deinem Heizungsverteiler. JADOS-Kunden JADOS-Kunden JADOS-Kunden